Das UVP-Gesetz hat ja den Anspruch, die Meisterklasse des Anlagengenehmigungsverfahrens zu sein. Aber kann diese UVP auch tatsächlich das Klima schützen? Ich glaube nicht. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Nidova von der Umwelt- und Energierechtskanzlei Nidova und Partner mit Sitz in Wien, Graz und Salzburg. Und das UVP-Gesetz nähert sich dem Thema Klimaschutz von zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass man natürlich den Anspruch hat, CO2-intensive Industrien hinsichtlich ihrer Klimaauswirkungen zu beschränken. Die andere Seite ist jetzt die jüngere, dass man sagt, aber die Erneuerbaren, die will ich beschleunigen. Und da soll das UVP-Gesetz auch mithelfen. Ich bleibe mal bei der ersten Seite. Da sagt das UVP-Gesetz eigentlich immer schon, Auswirkungen auf das Klima sollen mal in den Einrechnunterlagen genauer beschrieben werden. Das gibt es eigentlich immer schon. Das ergibt sich auch aus der EU-UVP-Richtlinie. Und zusätzlich ist sogar auch noch ein Klima- und Energiekonzept zu erstellen. Also grundsätzlich einmal alles ganz fein. Die Frage, die sich als erstes da in der Vergangenheit gestellt hat, von welchem Klima reden wir da? Und siehe da, der Verwaltungsgerichtshof hat im Jahr 2011 gesagt, da geht es nicht um das Weltklima, da geht es nur um das Mikroklima, da geht es nur um lokale klimatische Auswirkungen. 2019, wie dann die große Debatte war zur dritten Piste des Flughafen Wiens, hat dann der Verwaltungsgerichtshof endlich gesagt, na, na, da geht es nicht nur ums kleine Klima, sondern es geht hier schon auch um die großen klimatischen Auswirkungen. Das war mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, wo ist denn das im UVP-Gesetz dann auch tatsächlich dann zu berücksichtigen bei der Genehmigungsentscheidung? Da wusste man lange Zeit gar nicht, wo sich das wiederfindet. Da hat jetzt auch der Verwaltungsgerichtshof 2019 entschieden, das ist im Rahmen der Gesamtabwägung des § 17 Absatz 5 UVP-Gesetzes mit zu berücksichtigen. Also grundsätzlich haben wir alles ganz fein und man könnte sagen, warum bin ich dann so negativ oder so pessimistisch? Steht eh alles im Gesetz drinnen. Pessimistisch bin ich deswegen, weil niemand weiß, wie dann Klimaauswirkungen eines Projektes tatsächlich zu messen sind, also an welchem Maßstab sie zu werten sind. Was bedeutet das, wenn ein Projekt 1200 Tonnen CO2 emittiert oder noch mehr emittiert? Dazu gibt es keinerlei Maßstäbe national. Und warum gibt es die nicht? Weil wir immer noch kein Klimaschutzgesetz in Österreich haben, weil es keine Klimaschutzziele gibt, die auf Sektoren heruntergebrochen werden. Und weil insofern die Behörden, die dann letztlich mit dem Gesetz arbeiten müssen, keinerlei Maßstab haben, anhand dessen sie die Klimaauswirkungen eines Projekts messen können.